Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Barium. Der Film gehört zur Reihe Elemente. Als Vorkenntnisse solltest du zumindest die Chemie bis Basen, Säuren, Salze kennen. Im Video möchte ich dir eine Übersicht über das chemische Element Barium geben. Der Film besteht aus 10 Abschnitten. 1. Entdeckung, 2. Stellung im Periodensystem der Elemente, 3. Vorkommen, 4. Herstellung, 5. Eigenschaften, 6. Reaktionen, 7. Verbindungen, 8. in der belebten Natur, 9. Verwendung und 10. Zusammenfassung. 1. Entdeckung 1774 gelang es den beiden schwedischen Chemikern, Schäle und Garn, eine sogenannte schwere Erde. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten. Probiere es am besten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020